Willkommen auf meinem Fan-Style-Channel BunnySport. Was auch dein Fan-Style-Channel ist und sein sollte, wenn du Handball liebst. Ich habe hier einen coolen Fan-Style zusammengestellt für Disziplin Handball. Das heißt für dich, du liebst die Olympischen Spiele? Ja, und guckst du dir eigentlich hauptsächlich nur an, weil du Handball liebst? Wenn das so ist, dann musst du jetzt dranbleiben und dir alle drei Teile anschauen. Teil 1 zeige ich dir Make-up. Teil 2 zeige ich dir Haare und Nägel. Und in Teil 3 Accessoires und Outfit, denn das ist dein Style. Wow, yeah. Ich liebe Handball. Du liebst die Olympischen Spiele. Und das zeige ich so in Herzform. Also ich nehme jetzt nicht die Ringform von den Olympischen Ringen, sondern das als Herz. Wenn ich hier, sag mir vor und wann. Wenn ich du, wer sonst? Es wird Zeit. Nimm dein Glück selbst in die Hand. Heute hü, morgen hot. Wo ist der Trend der Zeit? Aber ja, aber nein, aber hallo, aber doch. Keiner weiß Bescheid. Hast du auch Wut im Bauch? Wirst nicht alles in dich rein? Lass es raus, sprich es aus. Du wirst nicht alleine sein. Komm, bleib dir selber treu. Es gibt nichts zu bereuen. Nur die Dinge... Richtiger Punk. Wenn ich jetzt... Wann dann? Darf ruhig knallen, darf ruhig auffallen. Sag mir vor und wann. Wenn ich du, wer sonst? Es wird Zeit. Nimm dein Glück in die Hand. Wenn ich dir, sag mir vor und wann. Wenn ich du, wer sonst? Es wird Zeit. Nimm dein Glück selbst in die Hand. Komm, bleib dir selber treu. Es gibt nichts zu bereuen. Das ist dein Fan-Make-up für Disziplin Handball. Um nochmal zu zeigen, dass Handball deine absolute Lieblingsdisziplin ist, solltest du jetzt dranbleiben und dir Teil 2 angucken. Kreppband. Deswegen bleib dran und schau dir Teil 2 an. Mua! Bis zum nächsten Mal.